Boxst du? Was ist hier denn? So, gleich geht er auf dich los. Wenn du ihn so provozierst. Versucht mich zu kitzeln, ne? Mal gucken, was passiert, wenn ich mich bewege, aber mich dann auch noch trifft. Oh, jetzt trifft er mich. Jetzt müssen wir hier hingucken. Vielleicht habe ich jetzt die Stelle gefunden, wie man den Roboter überleben kann. Wenn man so ein bisschen versetzt von denen guckt. Geht das auch in die Richtung? Mal gucken. Ne, da geht es nicht. Immer ein bisschen links von denen versetzt, da geht das. Ja, aber die Runner sind das Problem. Das müssen wir dann mal passieren. Ganz links von denen geht auch noch. Also links von denen, einfach gucken. Vielleicht dann nur Flick. Okay, mit dem Rücken hinrehen klappt auch nicht mehr, ne? Das passiert einfach nämlich ein Croucher. Das ist mein Friseur, ja. Der richtet mit dem Helm. Oh, der hat mich getroffen. Wenn ich mich jetzt ein Stück bewege, mal gucken, was dann passiert. Jetzt trifft er mich wieder. Ja, jetzt trifft er mich. Ich muss einfach in den Reihen rennen und dann müssen wir links von denen gucken. Das scheint zu klappen. Ja! Ah! Ah!